Das geht nicht. Das kriegt man doch nicht einfach geschenkt, so ein Publikum. Das muss man nicht erarbeiten. Aber sie kann ja auch nichts dafür, dass sie in diese Familie reingeworgen ist. Also, ihr seht schon, ich bin im Konflikt. In meiner Argumentation. Das Wichtigste ist, sie ist heute ein gesundes Mädchen. Sie ist 16 Jahre alt. Sie ist wunderschön. Sie hat die schönste Seele, die ich kenne. Und ich würde sie euch wirklich sehr gerne vorstellen. Denn sie hat sich seit vielen Jahren gewünscht, hier oben zu singen. Und ich würde diesen Wunsch gerne erfüllen. Ich werde wahrscheinlich durch Rotz und Wasser heulen. Ich werde mich da vorne irgendwo hinsetzen. Und ich glaube, ich überlasse jetzt einfach die Bühne. Willkommen, heiße Willkommen für Suburto MC. Das erste Mal auf der Bühne. Das erste Mal auf der Bühne. Danke schön, wir gehen nach Osland. Die Bühne. Happy birthday to you. 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 Ich hab's noch eine längste Stimme. Ich singe Chaotic von einer neuen Sängerin, Tate McRae. Das kennt ihr wahrscheinlich ja noch nicht. Aber wenn es okay ist, würde ich halt dem jetzt vorsingen. Ich hab's noch eine längste Stimme. 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 Ich hab's noch eine längste Stimme.